Moin und herzlich willkommen zu deinem, meinem, unserem Motorrad-Kanal. Heute hört ihr einen Sound-Vergleich zwischen dem originalen Auspuff und dem Leowint LV12. Wie immer an meiner BMW R1250 RS. Viel Spaß dabei! R1250 RS. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. So, ich möchte die Nachbarn nicht zu sehr nerven mit diesem ollen Geräusch. Wie ihr gehört habt, ist der Sound eigentlich mit dem Original nicht vergleichbar, er ist schon anders, aber dieses typische Boxer Sound Erlebnis ist noch da, was bei vielen anderen Anlagen verloren geht. Ja, vielen Dank für euer Interesse und ich sage bis zum nächsten Video. Ja, vielen Dank.